einen wunderschönen guten morgen mit der rolle abend herr mr pyromaster kommt wieder nicht in quark deswegen mache ich jetzt die ansage was haben wir denn dort was ist das denn wir haben ersten mai darum haben wir uns gedacht kommen wir passen ein bisschen 30 april entschuldigung wir zündeln in den mai hinein wir haben wir für euch hier den pyro maibaum pyro maibaum stellt euch das vor habt ihr das jemals gesehen bei irgendjemanden nein das ist novum das sind wir so feiert uns dafür tschüss wir haben vier stufen die werden einzeln gezündet fängt an da unten mit das kannst du besser sagen was das ist die samurai soul von pyroland sollte euch aus dem helium video bekannt sein zweimal wenn ich dann täglich verbunden wenn nicht dann guckt das video halt noch mal stufe 2 haben wir dann zweimal happiness fountain in fächer quasi und einmal die dr beam von vulkan feuerwerk bei alles vulkan so stufe 3 hoch ist der effekt bei der dr beam das sehen wir dann könnte sein dass der vielleicht da oben rankommt und der ganze ball mit flammen aufgeht aber das sehen wir dann im video das wird authentisch und spaßig stufe 3 erklärst du ja das ist einmal der stromboli von explode noch mal die dr beam und auch eine art stromboli nur genau von leslie stromboli sind offen ja cyber crackling und als finale stufe oder als finale stufe haben wir guck mal noch mal die dr beam die kommt aber oft vor zweimal die org auch von leslie ja im fächer im fächer die dr beam davor einmal die moonshine von leslie die moonshine von leslie und als grande finale gerade finale was dann auch nicht auch hoffentlich direkt mitzündet die eine z1 buckee rakete von von zink qualität blödige zink nicht halt die fresse 20 gram full name gut dann würde ich sagen seid ihr gespannt seid ihr ready wir sind's auf fall ja und ich denke sorge sind krepp an oder flachter band da dran hängen können wäre doch mal geil ja das ist der führung ja das herum schreibt seine eigenen regeln so dann würden würde ich sagen wir starten mit dem pyro maibaum mit der ja mit der flug hier hat immer die brille du machst gleich das stufe 1 ja ist mir bekannt habe ich mir zusammengebaut samurai soul von pyro land im fächer viel spaß stufe 1 und jetzt zurück frohe ersten mai nein stufe 2 gleich mit an ich wette stufe 3 geht auch oh das geht alles an nee nur stufe 1 und 2 ein glück soll ich euch was sagen das war genau so geplant natürlich haben wir euch ja von anfang an gesagt ok stufe 1 und 2 haben wir geschafft übrigens ist ein prototyp deswegen geht das so wie es geht genau dann gehen wir jetzt direkt weiter zu stufe 3 vielleicht stufe 4 mit weil ich denke mal dass die doktor beam da alles in der stufe 4 mit geht aber das macht ja nichts wir werden sehr spaß steht im vordergrund das haben wir den haben wir auf jeden fall viel spaß ich glaube dass alles mit geht nachzündung orks nicht nachmachen obwohl doch auch könnt ihr aus weg 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 geîiii wúhu das war toll das war total 초� Note 9 richtig cool das war wirklich geil also möglichst hat man ihm auch son große copies wagon mit sogar Mick 緒 die QUE� was auch 1978 eintragen facilities deeper richtig cool das war richtig coosh richtig Dank esse das hat richtig spaß gemacht zu sehr order ja das war unsere art von 타 parler sowas nicht geplant aber es läuft nie irgendwas planvoll deswegen sind wir wir und nicht andere aber es ist nicht schlimm ja ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß mit unseren kleinen aber egal aber du am ende des tages hat alles funktioniert das ist schon mal gut nicht so wie es geplant war aber respekt an den bauer also nicht an den landwirt sondern an den bauer dieses schönen baum ja komm ich habe die konstruktion die konstruktion gebaut ich habe das nur festgeklebt und verleitet ja was heißt nur gleich einen preis gleichen anteil daran dann hier schön erst mal wir haben sommer das heißt sieben monate bis silvester denkt dran das sind sieben mal vier wochen und das nächste video kommt bis dem wir lassen uns wieder was einfallen auf jeden fall so als kleine entschädigung da sind wir noch mal ja wir sind noch mal wieder da grüßt euch wir haben noch ein kleines schmankerl kleines gut habe mein kollege zufällig im auto gefunden das nicht ganz so geklappt hat eigentlich sollte das video ein bisschen länger werden da haben wir gedacht kommt wir hängen jetzt noch einen dran ja das wenn es schon im auto ist muss es auch verzweifelt werden wenn es im auto liegt da wird es ja auch nicht besser wir haben hier noch die schöne funke gigant salut rakete in f3 mit 37 gramm nemm und dann würde ich sagen bringen wir die ganze landschaft hier mal zum beben ja feuer frei und das ist unser kleines großes finale ja salut in den mai sowieso das war richtig ich würde sagen das war der abschlussknall der war ordentlich definitiv die nachbarn sind wach so jetzt aber hier aber tschülü schönen ersten mai und bis zum nächsten video tschüssi tschüssi b Outro